Wie könnten denn ethische Grundsätze in Normungsprozesse einbezogen werden? Oh, das ist eine interessante Frage, weil ich sag mal, ethische Grundsätze sind ja eigentlich schon Bestandteil von Normungsprozessen, weil der Normungsprozess an sich entspricht ja schon ethisch-moralischen Grundsätzen. Er ist ja nicht ethisch verkehrt. Wo es aus meiner Sicht allerdings noch hapert, ist tatsächlich die Tatsache, wenn wir jetzt mit diesen Normungsprozessen, Produkte, Normen, die dann wiederum ethisch einwandfrei sein müssen, die dann moralisch-ethisch richtig funktionieren müssen, dann ist tatsächlich die Frage, wie kann man das in den Normungsprozess mit integrieren? Und ich denke, das ist ein interessantes Thema. Da gibt es mit Sicherheit mehr Fragen als Antworten, aber wir müssen uns als Normer natürlich damit befassen, auf jeden Fall. Und ich denke, das ist ein interessantes Thema.